Ja, das ist toll. Oh, okay. Ich dachte, noch was vor der Reis. Wie hast du da noch was vor der Reis? Hier ist das, wenn noch was vor der Reis auseinandergerückt werden. Ich habe einen Kontakt in der Arbeit. Oh, oh. Ich habe einen Kontakt in der Arbeit. Ich habe einen Kontakt mit Paulus Haare. Da wird das bisschen auseinandergerückt. Ich habe auch diesen Schräge Abstand. Ob das genauso breit ist wie der... Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Namen im Dippen gleich. Ich schalte mal etwas anderes. Ich schalte mal etwas anderes. Aber die Helle ist auch super gelöst. Mit den gleichen Händen. Mit leicht langen Händen glaube ich. Ich hoffte das alles mal. Aber danke. Es gibt noch eine Obligatur. So etwas nicht filmen. Lauter bei der Arbeit filmen ist immer cool. Bei der Arbeit filmen ist immer cool. Schön. Nice.